Nach der Treibjagd inspiziert der Baron die Strecke. 31 Versorne, 15 Rebhühner, 28 Hasen, eine Wildsau, ein Treiber. Den Baron stockte Atem, dann rast er mit dem Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die paar Schrottkugeln hätten ihn kaum geschadet, erklärt der Chefarzt. Aber dass ihre Leute den Mann ausgenommen haben, wird er kaum überleben. Doktor zum Patienten. Sie sind sterbenskrank und ihnen verbleibt nicht mehr viel Zeit. Patient, wie viel habe ich denn noch? Doktor, zehn. Patient, zehn was? Jahre, Monate, Wochen? Doktor, neun. Der Patient erwartet aus der Narkose und sagt erstaunt. Herr Doktor, Ihr Bart ist aber gewachsen. Hat die Operation denn so lange gedauert? Erstens heiße ich Petrus und zweitens habe ich schon immer einen Bart gehabt. Unterfreundin, weißt du, dass Carla gleich zwei Hausärzte hat? Einen älteren und einen ganz jungen. Warum das? Ganz einfach. Den älteren lässt sie kommen, wenn sie krank ist. Den jüngeren, wenn ihr etwas fehlt. Beim Hausarzt. Der Arzt fragt die Patientin, als er die vielen Brandblasen in ihrem Gesicht sieht. Mein Gott, liebe Frau, was haben Sie denn nur gemacht? Mein Mann macht gerne Kunststückchen mit dem Feuer. Unter anderem ist er auch Feuerspucker. Stöhnt die Patientin. Als ich ihn eben küssen wollte, kriegt er einen furchtbaren Schluck auf. Eine Frau geht zum Frauenarzt. Der Doktor legt sich auf den Boden und winkt der Patientin zu. Kommen Sie, junge Frau, und gehen Sie langsam und breitbeinig über mich hinweg. Die Patientin ist natürlich etwas verwundert. Da sagt die Sprechstundenhilfe, Sie müssen sich nichts dabei denken. Der Doktor hat nämlich umgeschult. Früher war er Autoschlosser. Lydia beim Arzt. Sagen Sie mal, fragt der Doktor, wie viel rauchen Sie dann so pro Tag? Lydia, das ist ganz verschieden. An manchen Tagen so 30 bis 40. Aber dann kommen Tage, wo ich nicht genug bekommen kann. Noch eine Behandlung, Herr Müller, dann haben wir es geschafft, meint der Arzt zu seinem Patienten. Erfreut, meint dieser. Och, bin ich dann wieder gesund? Hm, Quatsch, aber dann haben Sie mein Häuschen ganz allein bezahlt. Die Dame kommt ehrfürchtig aufgeregt zum berühmten Professor, fragt mit verschwörerischem Unterton, Herr Doktor, stimmt es, dass Warzen verschwinden, wenn man eine schwarze Katze bei Vollmond an einer Fakthofsmauer begräbt? Der Professor kratzt sich den Bart und murmelt, Hm, naja, warum nicht, wenn die Warze auf der Katze war? Der Arzt sitzt am Sterbebett und sagt mit sorgenvoller Miene zum Ehemann, also, ihre Frau gefällt mir überhaupt nicht. Der Ehemann nickt zustimmend. Mir auch nicht, aber es wird ja nicht mehr lange dauern, oder? Ah, ha, 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 ha! Hm.